Wer im Netz anderen Menschen mit Mord oder Vergewaltigung droht, muss bald mit bis zu drei Jahren Haft rechnen. Bisher war es eins. Bis zu zwei Jahre sind für andere Drohungen möglich, wie etwa das Auto anzuzünden. Anbieter wie Facebook, YouTube oder Instagram werden verpflichtet, bestimmte Inhalte sofort dem Bundeskriminalamt zu melden und die IP-Adresse des Verfassers weiterzureichen. Das gilt bei Morddrohungen, aber zum Beispiel auch bei Volksverhetzung oder Gewaltdarstellungen. Bundesjustizministerin Lambrecht rechnet damit, dass etwa 250.000 Fälle pro Jahr gemeldet werden und es rund 24 Millionen Euro jährlich kosten wird, zusätzliche Staatsanwälte und Richter einzustellen. Sabine Müller, Berlin